Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days. Hier im Spiel regnet schon wieder die ganze Zeit. Wir haben jetzt heute morgens Tag 14, bedeutet ich werde heute im Laufe des Tages vermutlich so auf Nachmittag rum oder so, keine Ahnung, zu unserer Falle fahren und da noch ein bisschen vorbereiten, obwohl eigentlich vorbereiten, was müssen wir denn machen? Eigentlich nur Spikes hinstellen? Ja, mal gucken wann ich hinfahre, das kriege ich schon irgendwie hin, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erst mal zu Trader Bob fahren, der ist nämlich in der Wüste. Da haben wir die Handelsroute in der letzten Folge geöffnet. Ich habe jetzt auch schon mal, das kann ich euch noch kurz zeigen, ich habe schon ein paar Sachen mitgenommen für die Horde Nacht, was ich eben so gedacht habe, könnte ich vielleicht brauchen. Ich habe hier ein bisschen Medizin, Munition, Futtern, was zum Aufwerten und ich habe mal mein Fahrrad mitgenommen, weil ich weiß nicht, wie viel Benzin ich noch finden werde, wenn ich jetzt halt mit dem Motorrad unterwegs bin. Und ich finde nichts und ich habe keinen Sprit mehr irgendwann, dann müsste ich mit dem Fahrrad weiter, deswegen... Ich dürfte eigentlich auch gar nicht so viel mitnehmen, außer ich muss mir irgendwo eine Kiste hinstellen dann, weil in Fahrrad geht natürlich weniger rein. Wir fahren jetzt mal Richtung Wüste. Ich hoffe, in der Wüste regnet es nicht. Das heißt, wir fahren erst mal zu Chen und von da aus geht es dann weiter. Ich bin wirklich gespannt, wo der in der Wüste ist, weil das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, das sah ja fast so aus, als wären wir da schon knapp vorbeigefahren. Also, was heißt knapp? Aber halt, wir waren in der Nähe. Aber das ist auch nicht schwer bei so einer Kleinkarte. So. Brauche ich von Chen noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Hatten doch nichts mehr zum Verkaufen. Die ganzen Autos hatte ich ja schon mitgenommen, außer sie sind... Warte kurz. Ne. Ist noch nicht nachgeschworen. Du bist ein Verbrannt, ja, ne? Aber hier sind Autos. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, hier könnten wir eigentlich reingucken, weil da können ja auch immer... Oh, ich höre jemanden. Du bist normal, ne? Ich habe jetzt auch Schrotflinten... Munition mitgenommen. Ja, also... Ich muss sagen, ich mag Schrotflinte eigentlich. Ich spiele auch in vielen Spielen eigentlich Schrotflinte. Nur in diesem Spiel... Es dauert halt so lange zum Nachlasen. Aber das ist ja noch diese Doppelläufige, oder wie die heißt. Ich mag lieber die anderen. Huch. Stehe ich auf dem Fahrrad? Jetzt haben wir so einen Räumen gefunden. Ich gehe da rein. In die Tüte gucke ich jetzt halt nicht rein. Hier sind solche Dinge. Könnte man abbauen später. Ich habe ja eh noch keine Chemiebank. Du kannst ja das, glaube ich, nur an der Chemiebank herstellen. Und die habe ich ja noch nicht. Ich weiß, dass ich in der Schrotflinte immer noch einen Schuss habe. Wenn ich schieße. Ich habe den den Arm wegschossen. Ich weiß, dass ich immer zwei Schuss habe. Aber ich lade immer trotzdem nach. Das macht gerade Spaß. Und es sieht so aus, als hätten wir einen Händler ohne Stadt. Heißt doch eigentlich, dass es noch mal so einen Händler geben muss, oder? Geh weg. Ich mag dich nicht. Ja, leider spiele ich den nicht. Aber, ja. Dieser, was stand da? Dieser Hammer ist... Eine der besten Waffen, um Schädel einzuschlagen. Ja, nun. Ah, der gehört... Gehört er mit zu den Knüppeln, oder? Ne, Vorschlaghammer ist, glaube ich, extra so ein Ding, ne? Weiß ich nicht. Egal. Habe ich eh nicht. Mache ich beides nicht. Ich piek's lieber in den Schädel. Hört sich auch schlimm an. Ich piek's das Gehirn auf. Haben die eigentlich noch ein Gehirn? Ein verwestes. Dumm, dumm. Oh, guck mal, der hat Stacheln vorne dran. Wo ist denn denn sein Eingang? Hier oder vorne? Hinten. Meinst du, ich treff... Ne, treff ich nicht. Aber der bewegt sich, das ist blöd. Genau deswegen... ...möchte ich zwei haben. Oh, ich will schnell nochmal da reingucken. Es macht gerade so viel Spaß. Mit dem Gewehr mache ich nur Ziele, die sich nicht bewegen. Da ist auch so ein Ding dran. Ist hier der Eingang? Weiß ich nicht. Ich muss mich gerade ein bisschen auslernen. So viel dazu, wir nehmen nicht viel mit. Aber hey. Wir... Boah. Ne, das war meiner. Geh weg. So, was nehmen wir in die Hand? Habe ich die nachgeladen? Ja. Oh, ich mag dieses Lied. Also diese Musik. Ich mag diese Richtung sowieso. Wow. Wir gucken erstmal ein bisschen. Aber noch ein bisschen Zeit. Und hier drin kann uns keiner was. Oh, Arbeitsstationen. Was ist das denn? Oh, ist es dieser kleine Schraubschraub? Wie heißt der? Tragschraub oder so, ne? Ich bin mit dem noch nie geflogen. Ich habe nur von Leuten gehört, dass der... ...kompliziert zu fliehen. Was heißt kompliziert? Nicht. Kompliziert ist das falsche Wort. Schwierig. Wenn man es mal kann, glaube ich, ist es ganz cool. Aber im ersten Moment ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich selber weiß es nicht. Ich habe noch nie... ...mit dem fliegen dürfen. Hat denn der hier so Waschmaschinen einfach? Das ist aber eine riesen Waschmaschine. Waschmaschine. Eine Waschmaschine. Waschmaschine. Der hat einen Bagger einfach hier. Oh, ich mag diese Musik. Die ist so schön. Boah, cool wäre es, wenn es Radios geben würde, wo du einfach so Musik spielen lassen könntest. Wer ist das da? Schläft der hier? Er hat sein Klo da hinten und jetzt habe ich noch das Klopapier. Er lag im Klo. Das heißt, das ist kein Klopapier, das er noch benutzt. Nee, hier gibt es mehr. Man, erschreck mich doch nicht so. Ich denke noch, du bist bei mir drin. Also, das ist halt ein komisches... Also, das ist halt ein komisches... Also, hier im Trader meine ich. Lone Wolf. Was ist denn hier los? Wir gehen gleich zu Trader. Boah. Ah, der hat hier so mehrere kleine Unterschlupfe. Unterschlupfe. Und ich räume erst mal alles aus. Ja, ist ja gut. Die ist aber ganz nah. Es ist so schön, wenn du immer bei einem Trader bist und da klopft jemand. Weil du kannst dir so sicher sein, dass die nett reinkommt. Das ist halt schon cool. Da unten klopft einer. Breche ich meine Füße, wenn ich... Nee, hier war eine Matratze. Alles gut. Meine Güte. Kann ich hier durchstechen? Nee, kann ich nicht. Ich kann dich leider nicht töten. Die Musik ist weg. Auch noch ein Hund. Der hat aber hier viel zu looten. Da ist auch eine. Ja, die hören mich jetzt alle. Das waren ja nur so Vermietungen. Lieblabku. Machen wir die Musik bitte wieder an. Biete, biete. Biete, biete. Boah, sieht das cool aus. Nice. Ich nehme mir mal Benzin mit, ja? Was bist du? Fallen. Elektro-Zaun-Pfeil und Klinge freigeschaltet. Moment. Nee, da wollte ich nicht hin. Hör mal. Warte. Äh, wo wollte ich gucken? Was ist denn hier? Oh. Oh, that's nice. Aber wir haben noch. Doch haben wir. Wir haben das. Hm. Hm. Boah, nerven die mich. So laut. Hör doch mal auf. Ich gucke gleich raus. Oh, das sieht so cool aus. Der repariert hier oder so. Warte mal. Ich muss kurz mal. Das sieht so cool aus. Steh hier vor ne Rand. Bob. Bob's. Ravage. Komm gleich hoch zu dir. Ja, das sieht so cool aus. Ich muss mal kurz ein Foto machen. Da hab ich schon reingeguckt. Ja, da hab ich schon reingeguckt, ne? Das sieht richtig, richtig nice aus. Magst du bitte wieder deine Musik anmachen? Hier ist eine Chemiebank. Aber da ist nichts weiter drin. Das gehört alles zur Chemiebank. Hallo. Hallo. Ich war noch gar nicht bei dir. Bob. Oh, das sieht aber cool aus. Warte mal. Ich kann grad nicht mit dir reden. I bet your nose is so high in the air, you could drown in a rainstorm. I'd be proud too. Good job. No. Begib dich zum Händler. Das ist schön zu hören. Unsere Dukes sind schon zu lange eingerostet. Wir wollten schon seit sehr langer Zeit neue Handelswege öffnen. Wenn du Zeit hast, hätten wir Arbeit für dich. Oh, ich mag Bob. Bob, Bob, Bob. Also, Maisbrot, Dingsbums, Dingsbums. Ja, nein. Warte mal kurz. Das fängt schon wieder an. Kann die, glaube ich, nicht. Warte mal kurz. Ich brauche mal drei freie Sprengstoffe. Späre und Rüstung. Rüstung ist halt wirklich, ne? Also. Ah, doch. Ich hab grad was gesehen. Ich hab was für dich. Guck mal. Was hast denn du so? Lass mich mal kurz gucken. Minimotor hat Länge. Was kostet der? Wow. Ein Kuh, das wir denn herstellen konnten. Du hast Stahl. Du hast Reparatur-Kids. Du hast ne Knarre, aber die kostet... Also, auch schon. Ich mein, klar. Du bekommst wahrscheinlich mehr Geld bei den höheren Quests. Und da der jetzt halt Stufe 3 Quests hat... ...würdest du das dir wahrscheinlich easy leisten können, ne? Und der hat auf jeden Fall diese ganzen Fallen da. Der da würde 1400 kosten, ne? 174. Was hast denn du noch so? Du hast Handfeuerwaffen... Elektrische Gegenstände, Schlagringe, Samen, Fallen... Du hast Gewehre auch. Ach ja, Sticks. Ich sag Speer, Sticks, weil hier Sticks steht. Speere. Ich wollte gucken wegen dem Stahlspeer. Allerdings kann ich noch kein Stahl herstellen. Glaube ich zumindest. Weil ich hab geguckt und... Brauchte man da diese Schmelztiegel? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kann ich, glaube ich, noch kein Stahl herstellen. Und wir haben, glaube ich, neun. Und wir brauchen zehn. Also, ich müsste noch ein bisschen Stahl sammeln. Ich weiß, dass man auch solche Sachen irgendwo schrauben kann, um Stahl zu bekommen. Aber ich hab das jetzt mal hinten angestellt. Wenn, dann machen wir uns gleich einen Stahlspeer mit höherer Qualität oder so. Auf jeden Fall konnte ich den. Halt, ich kann ihn, aber ich konnte ihn noch nicht machen. Bogenschießen, ne, Bogenschießen ist jetzt nicht so was. Das ist Messing. Das ist natürlich auch cool, aber es kostet alles. Wann hast du Tag 16? Ja, ich komm bestimmt nochmal her. Das sind alles Booster-Mods. Du hast nochmal den Sammler und das und Wasserfilter hast du auch. Hast du zufällig einen Schmelztiegel? Der hat solche Dingsis auch. Smoothie. Ja, Smoothie kann ich noch nicht machen. Braucht er mal dazu nicht irgendwie so noch irgendwas anderes, was ich noch nicht habe? Ich weiß grad gar nicht. Oder kann ich das überhaupt schon? Damit hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Weil das noch nicht aufgetaucht ist in meinem Ding. Kojoten. Hier steht auch Kojoten. Also es sind wirklich Kojoten und keine was weiß ich was. Also es sind Kojoten. Alles klar, wir haben uns geeinigt. Ich hab recht gehabt, es sind Kojoten. Zumindest in der deutschen Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Sehr cool. So. Ich bin schon wieder raus. Hier gibt's was zu futtern. Hier gibt's dieses komische Nachtsicht-Mod. Habt ihr keine Helmlicht-Mod? Helmlicht. Nicht Nachtsicht. Mann. Helm. Scheinwerfer. Die haben alle kein Licht. Die gönnen mir kein Licht, weißt du? Ich hab jetzt halt übrigens, hab ich das schon in der letzten Folge gemacht. Ich habe mein Licht hier rein. Das war ja immer hier drin. Und das hab ich jetzt ja hier rein, ging's nicht. Und ich hab's jetzt hier rein. So. Sollen wir? Wie spät haben wir denn? 10 Uhr. Wir sind jetzt hier. Ich würd sagen... Lass mich mal kurz nachdenken. Kann leider nicht weiter rauszoomen. Lass mich kurz nachdenken. Du hast hier keine Stadt um dich. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich, wenn ich bei dir Quests mache. Dann schickst du mich zu solchen abgelegenen PUIs wahrscheinlich oder so, ne? Oder vielleicht hier hin. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es muss doch noch eine Stadt geben. Es gibt doch eine Wüstenstadt. Ja, hier sind Berge, ne? Deswegen hab ich den wahrscheinlich nie gesehen oder so. Wir haben jetzt ja 10 Uhr. Also 10 Uhr plus und so weiter. Ich hab jetzt schon wieder ein bisschen... Ich stand jetzt schon wieder ein bisschen da. Wir müssen auf jeden Fall hier hingehen. Das heißt... Eigentlich ist es blöd, weiter hier rinter zu fahren. Aber ich würde gerne gucken, ob hier noch wo eine Stadt kommt. Das heißt, ich würde den Bob jetzt einfach mal so lassen. Und würde jetzt mal kurz diesen Weg hier weiterfahren. Wenn die Folge aus ist, kann ich ja dann selber einen Weg, also vielleicht zurück hier irgendwo, hier hinfahren. Und das ist halt immer so ein kleiner Weg, ne? Aber ich würde jetzt erstmal... Ich bin nur mal neugierig. Hexagon Hideaway? Godzilla! Das hört sich alles nach... einer Stadt an. Residence und so weiter. Wo hat denn der... Schickt der mich so weit weg? Ich hab bei dir jetzt bestimmt noch nicht alles gelootet, ne? Aber das ist jetzt... Also ich komm ja wieder. Das ist ja nicht so schlimm. Du hast hier... Was? Kann ich da auch reingucken? Oh. Ja nun. Der sieht zu, wie ich vor seinen Augen gerade den Geldautomaten knacke. Entschuldigung. Ich glaube, Bob ist ein sozialer Kumpel. Der guckt einfach weg. Kann ich dir das Geld geben, was ich gerade... Ist das bescheuert? Dankeschön. Ja, ja. Nun. Vor seinen Augen einfach. Was ist denn jetzt hier los hier draußen? Seid ihr alle normale Dudus? Alter. Habe ich den nicht getroffen? Oder habe ich den in... In Gesicht gerotzt und... Der ist nicht umgefallen. Der stirbt gleich an den Fallen. Ja, ja. Ich habe nicht auf dein Ding geschossen, sondern hier so... Weißt du? Aber die anderen mache ich nicht. Wir haben ja keine Zeit. So. Wo wollte ich hinfahren? Hier weiter, ne? Alles klar. Ja, oder? Der schickt mich halt wirklich ein bisschen nach... Was weiß ich wohin. Für eine Quest. Oder es gibt noch einen zweiten Bob. Bob, Bob. Nee, nimm mal lieber das da mit. Ich will da aber trotzdem reingucken, wegen... Da läuft noch einer. Wegen Sprit, weißt du? Wir haben zwar jetzt ja wieder ganz gut. Aber wer weiß, wie weit wir hier fahren müssen, ne? Komm, das kannst du eigentlich wegmachen. Du hast... Ganz gute Heim von den ganzen Grabungen und so. Boah, ich mag die Wüste jetzt schon. Vor allem ist es halt so schön hell. Hm... Ich bin sehr gespannt, wie es hier aussieht. Das juckt immer in den Fingern, die Zombies platt zu fahren. Aber dann bekommt halt mein Motorrad auch Schaden, ne? Ich dachte jetzt, da vorne ist ein Polizist, aber das ist nur so eine andere. Oder? Ja. Das ist alles so flach hier. Da hinten ist was. Warte mal kurz. Da ist ein kleiner See. Hier ist irgendwas, aber das sieht auch wieder nach. Es macht Spaß. Oh nein. Sandsturm. Da ist auch wieder jemand, aber die läuft weg. Eigentlich will ich ja nicht mehr so viel leveln jetzt halt vor dem Ding, ne? Fahrzeuge. Der hat mich nicht gehört. Oh, ich würde ihn so gerne überfahren. Nee. Aber ich will da Lee mitgenommen, ne? Ich brauche nicht so eine Taschenlampe. So eine habe ich schon daheim. Ich will doch nur Helmlicht. Mehr will ich doch gar nicht. Wreckt hat sie nicht gehabt. Scholl hat sie nicht gehabt. Ist schon wieder so ein Ding. Irgendwie hat keine Helmlicht. Ist ganz schön traurig. Ja, ja. Ich muss eh wieder Sachen wegschmeißen. Ich sehe schon, ich muss entweder wieder eine Kiste bemühen. Unsere Kiste bei Wreckt. Kommt drauf an, wie ich dann zurückfahre. Oh, ich habe was gesehen. Da hinten ist eine Stadt. Also, ja, doch Stadt. Oh, ich liebe meine Strohflinte. Aber auch nur manchmal. Ich meine, wir haben ja Strohflinten-Munition und ich will jetzt halt nicht meine Maschinengewehr-Munition verpulvern, ne? Zu denen schaue ich jetzt mal nicht. Hier ist gar kein Eingang eigentlich. Halt schon, aber die Straße geht... Komisch. Die Straße geht komisch. Ja, du müsstest halt hier rum reinfahren und hier geht's dann wieder raus oder irgendwie. Ich habe schon was gesehen, ja. Ich habe was gesehen. Hm. Habt ihr es auch schon gesehen? Guckt mal, was hier ist. Da gibt's schöne Kakteen. Hier sieht's freundlicher aus wie im anderen. Ich merke mir das einfach mal. Einfach mal so. Ah! Oh, guck mal. Bianca, sei vorsichtig. Das ist hier ein bisschen heftiger als bei dir zu Hause. Wow. Wow. Oh, dankeschön. Da geh ich doch gleich mal hin. Gleich mal hin. Gleich mal. Ich habe den Hund schon gesehen. Nein, nein, nein. Du bekommst mich nicht. Du bekommst mich nicht. Miemals. Oh, haha. Läuft er mir hinterher? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht mal gehört. Du bekommst mich nicht. Ja, ja. Ich will den heute noch mitnehmen. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall eine Stadt. Eventuell schickt er mich dann hier hin. Aber das ist dann schon ein bisschen Weg, was wir immer fahren müssen, ne? Äh. Wollte gerade sagen. Der kommt ja erst noch. Es ist schon immer ein bisschen Weg, was wir fahren müssen, ne? Wir gucken mal, ob hier vielleicht... Oh, ich höre ihn. Wir müssen mal gucken, ob hier vielleicht dann... Nicht, dass er auf mich... Nee, Gott sei Dank. Nicht, dass er irgendwie... Auf mich fällt. Ja, genau. Das habe ich schon gesagt. Ich wollte eigentlich sagen... Ich wollte eigentlich... Nimm schon mal das raus, was du für dein Zeug brauchst. Dann ist es nicht so. Jetzt haben wir... Sag mal, wie viel... Von diesen Vorschlaghämmern finden wir denn? Wir haben jetzt ja schon zwei gefunden. Was willst du? Auf damit. Weg. 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 Ich muss das eh nochmal ordnen. Das ermöglicht den sicheren Konsum von trübem Wasser. Oh, nice. Wieso habe ich das eigentlich rübergezogen gerade? Kann ich das nur hier rein machen oder könnte ich das rein theoretisch auch hier rein? Ne, es geht logischerweise nur oben, weil es ja Kopf ist, ne? Ich muss beide gerade essen, sonst habe ich keinen Platz mehr. Da haben wir Fallen, da haben wir Rüstungen und Reparaturwerkzeuge. Hier haben wir wieder selbstgebaute Schrotflinte-Paket. Ich würde es mal zulassen tatsächlich. Damit es ein bisschen platzsparend ist. Außerdem Schrotflinte ist jetzt nicht mein erstes Ding, was ich so brauche. Also zu Hordenachten brauchen wir das auf keinen Fall. Ne? Von daher passt es schon. Ich würde es mal hier reinpacken. So. Ich würde jetzt halt... Wir haben jetzt seit 12 Uhr. Ich würde gerne nochmal mit euch zum Schluss der Folge... Das sieht nicht so riesig aus. Ich würde mal gerne um dieses ganze Ding rumfahren wollen und so gucken, wie riesig das ist. Ja, ja. Okay, hier ist einfach mittendrin ein Hügel. Auch gut. Vielleicht sehen wir ja zufällig noch irgendeinen... Händler oder so. Also hier ist auf jeden Fall noch so ein Ding. Da fahre ich jetzt nur mal hier vorbei. Was ist das denn? US Army. Oh mein Gott. Sieht das gefährlich aus. Ja, ja. Ich gehe schon weg. Ich bin gar nicht da. Alles gut. Oh oh. Hier liegen eine Autoteile. Hier ist wieder so ein Ding. Hallo. Njung. Wir fahren aber hier durch. Was ist das denn für eine riesen... Halle? Was bist du denn? Hessen Gas Plaza. Oh, viele Autos. Oh, viele Autos. Nice. Hier ist so ein Haus hier. Ja, ja. Guck mal. Hier ist noch ein Bob. Unten... Kojote. Da hinten ist einer. Aber ganz hinten. Okay. Also hier haben wir noch einen. Guck mal. Der schöne Wagen hier. Da sind so viele Halle drauf. Okay, gut. Also haben wir da hinten noch einen. Dann... Also wir haben auf jeden Fall zwei Bobs, wenn wir was kaufen müssen oder so. Aber ich würde sagen, ich gehe zu dem, der in der Stadt ist, um Quests zu machen. Der andere wäre zwar näher bei uns. Das ist schon richtig. Aber... Ach, ich weiß noch nicht. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, wer so coole Quests hat. Wenn ich von da hinten komme... Hier geht es gleich ins Schneegebiet. Wenn ich von hinten komme, also von uns, dann kann ich ja... Au. Dann kann ich ja gucken, was der so für Zeugs hat. Und wenn der nichts Gescheites hat, was mich jetzt nicht so anspricht oder so, dann komme ich hier hin. Aber hier wird es halt mitten hin und her schneller gehen, ne? Aber wir haben ja dann wieder Zeit. Aber ich würde sagen, ich schubse euch mal in die nächste Folge. Und dann tuckere ich Richtung Kiefernwald und bereite alles für die Horde vor. Aber... Ich kann auch einfach, also... Ich meine, rein theoretisch kann ich einfach hier querfeldein fahren. Einmal so... Ich meine, das da haben wir ja schon gesehen. Und hier wird nur Wüste sein wahrscheinlich. Außer ich fahre nochmal hier hin und lade mich aus. Weil so weit ist es eigentlich nicht. Ne, ich fahre die Straße zurück. Ich fahre die Straße zurück und lade mich nochmal aus. Also, so riesig ist es hier nicht. Es ist ein kleines Örtchen. Ich glaube... Ich meine, wir haben ja auch, wie gesagt, eine kleine Karte. Wo muss ich denn hin? Hier hin. Ich könnte mir vorstellen, dass die letzte Stadt in den Wastelands die größte ist. Weil ich glaube... Und es war doch immer so irgendwie, dass jeder in die letzte Stadt wollte und so, ne? Weil die so cool ist und irgendwie... Ich könnte mir vorstellen, dass die größer ist. Wie die Schneestadt aussieht, weiß ich noch was. Aber ich drücke jetzt einfach mal zurück. Das war wieder der Halbe, ne? Oder? Wir hatten da jetzt so komisches Zeug gemacht. So, dann fahre ich mal heim. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mir macht es immer super viel Spaß, einfach hier in der Gegend rumzufahren und ein bisschen Sachen mit anzugucken. Neue Sachen. Neue Trader. Neue Häuser. Neue Städte. Und so weiter. Mega cool. Ich bin sehr gespannt, wie in der nächsten Folge die Horde Nacht werden wird. Ist ja unsere zweite. Ich bin auch sehr gespannt, welches Spielstadium ich habe, weil ich weiß es nicht. Wir sind ja hier in der Wüste. In der Wüste ist es 79. Mal gucken. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020